beloved ones we are the higher commands of light lieben wir sind die höheren kommandos des lichts wir möchten dich gern durch eine reise führen die dein leben als licht und energie anzusehen da alles um dich herum energie ist dein körper wurde aus der energie der erde aufgebaut und darin findest du viele unterschiedliche energiesysteme viele davon sind den menschen bereits bekannt wie zum beispiel das elektromagnetische system das nervensystem das licht und das leben innerhalb der zellen da du nicht nur energie bist sondern auch eine riesige zusammensetzung von leben all about your body there is life überall in deinem körper ist leben there are cells wie zellen there are various systems unterschiedliche system such as your cardiovascular system wie dein herz kreislauf system there are organs with various functions auch organe mit unterschiedlichen funktionen all set up so that your soul can experience a physical reality und sie alle sind in der art aufgebaut um deine seele in die lage zu versetzen ein physisches leben zu erfahren and this physical body is connected to many energy bodies und dein physischer körper wiederum ist mit vielen energie körpern verbunden wir haben deine aura mit many layers sie sehr viele schichten aufweist passen die man im maur dann you are of today und möglicherweise sehr viele mehr als du oder von denen du vielleicht im augenblick weißt und your aura service various functions auch deine aura dient vielen unterschiedlichen zwecken you have the blueprint for your physical body gibt es eine blaupause für deinen physischen körper and energy set up that you could change ein energie aufbau den du auch verändern könntest to change the energies in your body um die energien in deinem körper zu verändern you have your emotional body and your mental body dann findest du deinen emotional körper und deinen mental körper which are simply electromagnetic structures und das sind einfach elektromagnetische strukturen that attract the energy of thoughts and emotions welche die energie von gedanken und emotionen anziehen we are aware that many of you are of the belief und wir sind uns gewahr dass viele von euch die annahme haben that thoughts and emotions happening in the brain das gedanken und gefühle sich im gehirn ereignen but it begins before that aber das fängt schon vorher an it is your energy body your emotional body your mental body sind deine energie körper eben dann emotional und mental körper that attract a corresponding energy from the collective mind die eine entsprechende energie aus dem kollektiven verstand anziehen in the universe dieser kollektive verstand kommt eben aus dem universum and that energy comes into your energy bodies diese energie tritt dann in deine energie körper ein where they are formed and transformed into an energy that suits you wo sie in eine energie geformt und transformiert werden die dir passt that then comes to the brain die dann zu deinem gehirn kommt and become a conscious thought zu einem bewussten gedanken wird or an emotion oder einem gefühl therefore one could wonder also könnte man sich die frage stellen can you really say that your thoughts are yours sind denn deine gedanken wirklich die deinen when in reality they come from an energy passing through you werden sie tatsächlich von einer energie stammen die durch dich hindurch zieht oder verläuft nimm dir mal den augenblick um dir das zu überlegen wenn es deine aura ist die jene energien anziehen die zu deinen gedanken und gefühlen werden und dir diese gedanken und gefühle nicht zu legen was würde dann geschehen wenn du diese energie in deiner aura veränderst um die frequenz anzuheben so dass du höhere energien anziehst die zu unterstützenden gedanken transformiert werden und hin zu positiven emotionen und das kannst du aber da du gewohnheitsgebunden bist kann es etwas zeit bedürfen um sich eine neue gewohnheit anzulegen und sich an einen neuen energietyp im eigenen leben zu gewöhnen aber stellen wir uns gerade jetzt vor dass du dieses licht einatmest das wir gerade an dich übertragen wundervolles spirituelles licht so dass du deinen körper mit diesem licht erfüllst auch deine gefühle mit diesem licht erfüllst und genauso deine gedanken setzt einfach fort licht einzuordnen während wir zu dir sprechen über deine seele zu dir sprechen da du eine seele hast und sie ist ein riesiges wesen aus licht und liebe und in sehr enger verbindung mit der quelle tatsächlich aus der quelle gemacht dieses wundervolle wesen ist genauso weit ausgeweitet wie die universen und aus einem bestimmten grund hat sie gewählt sich als du zu inkarnieren und das ist kein zufall oder fehler sondern weil sie diese physische erfahrung machen möchte um ihre eigenen spirituellen erfahrungen hinzuzufügen würde ein derartig riesiges wesen sich mit dir verbinden in dir leben dann braucht es einen größeren energiekörper deswegen bist du auch mit einem lichtkörper ausgerüstet den du dir zu beginn als eine riesige lichtkugel vorstellen kannst dass deine seele sich in diesem augenblick mit dir verbindet sich die annähert und in den lichtkörper kommt kannst du ihre energie spüren ihre präsenz ihr ewiges sein ihre weisheit deine seele möchte dass du all das hast wonach du dich sehnst inneren Frieden Liebe Fülle Freude und andere göttliche Qualitäten und stellst dir vor dass du das licht deiner seele einatmest into your body in deinem Körper and into your aura und in deine aura so that its energy becomes brighter so dass ihre Energien heller werden more loving, peaceful liebevoller und friedvoll in that you may attract a life that mirrors this so dass du ein Leben anziehen kannst welches dies widerspiegelt ob du daran jetzt glaubst oder nicht there are many benevolent forces in the universe gibt es im Universum viele wohlwollende Kräfte die nichts lieber wollen als dass du und auch andere Menschen im Licht und in Frieden leben und sie sind hier um dich zu unterstützen also spüre ihre Präsenz und dein inneres Potential zu sein wer du bist und sie sind hier buildingen äh und auch und 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 All right, okay, with this we withdraw for now. Und hiermit, sehen wir uns vor dem Augenblick zunächst. Wisse, dass wir dein Licht sehen. Und wir werden Licht für dich halten, bis du es in dir selbst siehst und in der Welt. So dass die wahre Natur der Wirklichkeit sich entfalten kann. Blessings. Segnungen. Wirklichkeit. Vielen Dank.